Moin Leute, ein neuer Teil von unserem geilen Let's Play. Wo sind wir? Frost, Westburg, Delta Force, Hamburg. Wir sind jetzt in Deutschland, Leute. Hamburg. Haha, geil. So fängt das an, ne? Hier, Hamburger Affen, wir laufen ein. Der erste Ding ist down. Na gut. Keine Ahnung, ich war noch nicht in Hamburg, sonst könnte ich jetzt vielleicht sogar sagen, wo das ist. Also ich denke, die haben das bestimmt realitätsgetreu nachgebaut, so zumindest versucht. Na ja, mal übergucken. So, Hamburger Hafen. Und hier geht alles unter, außer natürlich zufällig unser Flugzeug. Na gut, da haben wir auch schon unsere Waffen. Dann fangen wir mal direkt an zu tuben, ne? Und es geht los. Hamburg, ich komme. Ich vermute einfach mal, dass ich da nichts machen kann. Ich renne einfach mal durch. Ich leg mich einfach mal hier hin. Uiuiui. Ich habe mich jetzt gerade in meinem eigenen Tank überholt. Und er kriegt kein Friendly Fire. Nein, der nicht. Warum ist hier eigentlich alles so... Ist gerade Ebbe, oder wie? Wie geil war das denn gerade? Der fährt einfach mit dem Typen mit. Ich werde nicht meine Munition verschwenden, weil die jetzt sowieso gleich verschwinden, von da oben. Naja. Ich glaube, wir werden aber die Arbeit machen. Und es chillt hier. Mal sehen, wo es geht weiter. Also wir überleben alles. Hallo. Und die sterben in zwei Sekunden alle. Hallo, du. Ja. Gut, dass wir jetzt Nooktoof haben. Ah, ah, ah. Ihr bleibt mir schön von der Pelle hier. Ah, ah, ah. Nein. Ach, scheiß Granaten, Alter. Die sind so nervig, ne? Ach, ja. Weiter. Einfach weitermachen. Was zur Erlegung, ne? Ach, den erwische ich doch nicht. So. Okay. Weiter geht's. Komm schon. Natürlich kann ich nicht hinter dem Panzer gegen mich da verstecken. Wo? Wo? Ich bin ja auch nur ein kleiner Mann im großen Krieg. Also von daher. Aua, 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 aua. Halt hier die Schnauze. Hört auf, mich abzuschließen. So. Hoffentlich hat er jetzt endlich mal genug. So, weiter geht's. So. Weiter, weiter, weiter. Ah, weiter, hier noch was werfen. So. Was hat er denn schön? Was haben wir denn hier eigentlich? Ja, warum mach ich nicht gleich so? Ja, warum mach ich nicht gleich so? Das hätten die mir auch früher sagen können, dass ich so ein geiles Teil nur mit dem Rucksack hab. Ohohoho, das hat einen Effekt. Na gut. Weiter geht's. So, ein bisschen drauffeuern. Geht's weiter. Ab in die Seitenstraße. Weiter geht's hier. Ne, das ist meine, gut. Das ist meiner. Sehr gut. Mal kurz schauen. Vorrücken. Mal schön vorrücken. Das ist das Beste, was man hier machen kann. So, weiter rücken, ausrücken, vorrücken. Verdammt nochmal. Mach du mal was, ja. Was für eine riesige Aktion das hier ist. Go, go. Weiter geht's. Wo ist unser Tank? Gut. Ich kann jetzt Safe Point holen hier. So. Den hier hauen, den hier, wow. Regroup, alles klar. Mal doch eben. Ja. Bin dran. Immer die AKH. Ey, coq. Ah. Ich glaub zwar nicht, dass ich den auch erwischt habe, aber... ...die Schiss war's wert. Komm schon. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Ach so, ich muss da hoch. Das ist ja immer auch für mal sagen können. Ja, ja. Ich muss mal die Drecksauber erledigen. Was ist denn jetzt los? Oh ja, toll. Ah, nee, das ist ein... Ah, das ist eine Cutscene. Naja, ich dachte schon, nichts ist jetzt wieder vorbei, ey. Woheran sehe ich eigentlich, dass das Ding überlastet ist? Ach egal, einfach feuern, bis... ...bis die Röhre glüht. Also, unser, das ist unsere, okay. Die hier holen. Ah, wir kleinen Mücken. Ja, komm schon. Ja, rennen, renn um dein Leben. Tja, ja, ja. Was hast du denn da? Gut, ab in die Tiefgarage. Hm, ganz ruhig, ganz ruhig, alles ganz ruhig. Jetzt habe ich das Gefühl, dass uns gleich irgendwas Großes verfolgt. Jojojojojojoj. Ach, du Scheiße, ey. Aber momentan hätte ich gedacht, ich sterbe gleich. Oh, das war mein eigener. Ups. Sorry. War nicht meine Absicht. Sorry, dude. Na ja, gut. Kann man jetzt auch nix mehr machen. So. Okay, weiter geht's. Oh, fuck. Dammit. Ich erschrecke immer so bei meiner eigenen und schieße sie da um. Na ja, was du sagst, doof ist, wie bei den Granaten kann sowieso nix passieren. Das war ja so doof. Ja, man. Wie geil ist das denn? Boah, das war knapp. Geh ich mal aus dem Tank raus. Ja, der nimmt halt mal die Minigun und schmeißt den weg, wie so einen kleinen Volleyball, ey. Na gut. Wenn du das kannst. Ja, follow. Das heißt, weiter, weiter. Einfach nur hinlegen und, ah, hier können wir da, wow. Einfach weitermachen. Hallo. Hallo, ihr Kleinen. Aua, aua, aua. Wo denn? Piss dich mal. Ich schieße mich da heiskalt ab. Ja, ich geh mal lieber in den Koffer. So, ein bisschen die vorgehen. Ui. Ach du, wow. Alles klar. Ich geh nochmal auch in die Menge rein. Dann hier nochmal hin. Ähm, wow. Nein, nein, nein. Nicht legen, nicht legen. Oh, warum jetzt ein FPS Drop? Jetzt geht's wieder. Komm, geht doch alle mal weg hier. Ja. Was du wolle. Ha. Jetzt auf einmal spielen sie Pussy, ha? Immer spielen sie Pussys. Na, komm, komm, komm. Ja, 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 ja. Ich kenn euch doch. Ja, ich kenn das doch schon. Hä? Wie jetzt? Was war das? Ah, okay, Moment. So, sind wir da. Irgendwie hat es jetzt doch irgendwie abgestürzt und so. Keine Ahnung. Müssen wir halt eben ein bisschen was neu machen. Ist egal. Keine große Sache. Hab tatsächlich wieder ganz am Anfang gesetzt. Was zur... Okay, ich muss immer ganz kurz was gucken. Okay, ich hab jetzt bis zum nächsten Safe Point gespielt. Und ich hoffe, der Buffer Overflow kommt nicht nochmal. Oh, warum haben wir jetzt wieder die? Mega. Nehmen wir uns zwei WAK. Na, da haben wir noch was Schönes. Mal nachladen. Okay, was mir aber auch immer im Multiplayer fehlt, ist der Damage, äh, der Hitmarker. Genau. Der Hitmarker fehlt mir sehr. Ich höre mich jetzt, wo der Herr der eine kam, aber egal. So, wo geht's weiter? Ich stehe mich halt hier hoch. Ha. So, den schnell holen. Ich nehme mich aus den Kirchstum ab, oder was? Na ja. Na gut, machen wir einfach mal. Oh, ja, war das knapp. So, ein paar Granaten zu ihnen werfen. Wegen, du, Master hier. Kein Dickerchen machen, mein Freund. Ah, ah. Alles frei, alles frei. Ja, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. So, schnell die Granaten, wer ich nahe hat. Komm schon, komm schon, komm schon. Boah. Ui, 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 war das jetzt knapp. Wo denn bitte? Ah, verdammt. Fresse da rum, jetzt. So, wohl nicht, ey. Weiter geht's. Ah, kein Grenadier. Okay. Alles klar, hier ins Bürohaus rein. Komm schon, wo? Jetzt, Tür zu. Hm, na ja. Ja, jetzt muss man hier breachen, ne? Mal klar. Aber warte, das soll ich vielleicht nicht mit einem Granatenwerfer machen. Na ja. Vielleicht sollte man wirklich nicht vermitteln. Ach, du Kacke. Okay, breach was jetzt? You are not ready to breach. Okay, ich drück eh und dann bin ich auf einmal nicht ready to breach. Wie jetzt? Ah, ich muss den Executor zuerst killen, verstehe. Wie? Ja. Gibt es die Singleplayer-Lag oder wie? Ich hoffe, das sind viele Idioten. Haha. So, tschüss. War schön mit euch. Ha. Eine riesige Map. Hier gehe ich halt wieder zu euch. Wenn ihr unbedingt wollt. Die sind ja so auf meine Hilfe angewiesen. Können wir ja irgendwie an seine Waffe geben. Ach, egal. Breach ich den Scheiß halt. Oh, boom. Ach, den zuerst. Da. Ich spiele die einfach in der Luft. Mach hin, mach hin, mach hin, mach hin. Jetzt da. Jetzt habe ich sie. Gut. Okay. Alles klar. Ich habe kein gutes Gefühl bei dem Teil. Gar nicht. Das ist nicht unsere, oder? Doch, das ist sogar unsere. Ja, wir haben es geschafft. Applaus, ein Applaus, ein Applaus. Alles klar. Bis zur nächsten Episode, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.